Was ist das? Ja im Tragsack drin. Hä? Im Tragsack drin. Ist das schon normal, dass da so Flanker drin sind? Naja, Zervigschleim soll schon drin sein, aber so gelblatig Flankerl ist nicht recht schön. Der Brunschleim war aber eh selber, gell? Der Brunschleim ist nicht recht schön. Wenn sie sich alle wieder geschehen zum Spülen, lasst sie uns und presst, dann tue ich die Hand raus. Obwohl das auch nicht zum Hetz war, weil dann fangen sie noch mal zu presen an. Und wenn du da ein Problem hast, wenn du dich beim Umsetzen oder mal nicht reifen musst, dann tue ich dir selber was gleich. Wie viele Millimeter benutzen Sie für waschen? 250 Liter per Seite. 21 Millimeter, Quart. Dann geht es mit der Hand hin und probiere es zu städeln. Ja. Oder beziehungsweise machen wir es noch mal so, und der nächste würde es von den Norden kommen. Ich lasse, dass mein Kursch da keiner untersteht. Das ist schon komisch, gell? Jetzt sage ich mal über die Stufen, die gehen jetzt überstehen. Da haben wir so etwas, da haben wir so etwas. Oder nur raus. Nein. Aus. Da haben wir auch so' Nur wenn man muss. Da holen wir wieder... Da brauchen wir die Stufen. Nein! Ich bin aber jetzt eher wieder rechts drin, gell? Ach so, guck dir. Da musst du jetzt und dann nicht nimmst dich hinter der Seite. Vielen Dank.